Der Crime ist gestorben. Der Crime ist gestorben, aber der Ding gelootet hat. Der ist bestimmt abgehauen, Alter. Glaub ich auch. Pony, Pony, bei dir ist einer oben drauf. Ehrlich? Ja, ja. Ich bin fast oben. Ja, muss ich riskieren. Oh, down. Ich bin down. Hast die Beine gebrochen? Crime, stopp. Nice. Kann ich wieder hoch? Ja. Fuck. Ich guck, ob ich etwas besseres runter habe. Läuft er hoch zu den Tannen? Ja, ja. Er läuft trotzdem in den Tannen. Irgendwelche Füßen? Sehen ihn noch, Tobi? Ja, ja. Wo denn? Innen ist er gerade. Von den Tannen aus hoch. Ich seh ihn auch. Auf drei, eins, zwei, kommt rein. Auf drei. Die Beine gebrochen. Headshot. Nice. Super. Erstmal von drei, drei. Wie hieß der Typ, du mich bezüttelt hast? Na, ich guck nochmal. Aufschnitt. Ich weiß nicht, wie der nicht tot ist, na? Er ist auch tot. Er läuft gerade zum Tor. Er läuft zum Tor vorbei. Er läuft zu der Leiche von... Du sollst schießen? Nein, Hans. Ja. Lass uns mal gucken. Wie viel Meter sind das von der Strom hat? Okay. Torte? Ist das tot? Nein, ja. Du schon wieder. Ey, ich hätte nicht online kommen sollen. Das ist ein Fick-Event, Alter. Ich hätte alles nur angefangen, wegen dem dummen Taviante. Ich hab gerne. Ist sie die Gange? Keine Ahnung. Ich glaub' gerannt. Gibt mir nichts mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich führ' da meine Leiche. Siehst du auf mich? Drei... ...zwei... Warum sind sie mit meinem Turbo nicht? Nice Mit gebrochenen Beinen. Wow Überleben, versuchen wir zu überleben, wir sind kurz davor. Bist du die G36? Ja shit, hilf mir doch mal junger, wir sind ein Gegner bei meiner Base. 2 Meter hinter den, 20, ah der ist vor uns auf dem Stein, auf dem Stein ist ja. Der läuft gerade runter. Ja die ficken ihn. Das sind 2, 3. Ich komm. Noch einer, noch, noch. Juni unter uns, unter uns, unter uns. Nice. Muss er denn noch? Der wird ja noch mal erzählen, ah ne, der ist doch. Hallo Youtube. Hallo Youtube. Da ist noch einer. Wo läuft der hin? Alter haben die schlecht gestoppt, ich hab mich einmal getroffen, ich bin Openfields gelaufen, die Faggots alter. Wer ist unten im Schiff? Was? Niemand? Wo? Der hat nur ein Auto, das ist ein Auto. Das ist ein scheiß ATV. Das ist ATV, Junge. Oh boy. Sicher sich. Schießt. 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 Halt, mach doch in die Fresse, du Hurensohn. Halt deinen Maul alter. Digga, wer war das jetzt? Der war direkt bei euch? Blackass. Blackass. Nein, nein, das war nicht der AFK-Machete. Nein, war es nicht. Der hat Pallion Bolo getötet. Das war AFK-Machete. Der hat Pallion Bolo getötet. Der hat auch Trailt gekillt. Ich hab doch den getötet, der ihn getötet hat, Mann. Ja, okay. Digga, was steht... Was ist das so ne Scheiß? Ihr kriegt da schon ne Mission, Alter? Ich war im Auto vorbei mit tot, oder was? Ne, er läuft. Wohin? Hab die Beine gebrochen. Nice. Vielos. Noch einer? Hast du Bluton? War das im SUV? Warte, ist doch scheißegal. Ja, das war auch unbedingt simpel. Ja, Oli, du hast wahrscheinlich simpel da gesehen, ja? Ne, ich hab ein Fristball gesehen. So. Nice, nice, was ist das? Oh, da habe ich schon davon ausgekillt? Ja, hinter, über dir läuft einer. Warte. Über mir? Hast du ne Waffen da abends? Pony? Pony! Ich hab ne Waffen... Nein, 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 nein. Echt so weit war alles, okay? Ja doch. Oh, pracht ihr dann. Nice. Alles von mir zu. Dishcom schießt. Wer hat mit dem Dishcom geschossen? Keiner. Vielleicht soll ich auch nie mehr als 100 Zeroen. Du hast mich ge... äh, du hast mich doch in der... ey. Ja, aber nein, nein, das... Der schießt hier nicht auf mich. Dein Name aber, die dabei händen. Oh. Bist du tot? Will der mich ficken oder was, man? Nein. Ja, tja. Kann er sie mal schieben? Hat er ne Waffe? Nein. Da war nichts. Alter, der looted grad Ponys gleich hier. Hat der Pony ne Waffe? Ja, der Pony hat den Mut. Ne, warte, jetzt looted der andere wieder. Irgendwitz besser. Nice. Kurz mal, kurz mal gequickfuckt, alter. Wo ist der andere? Siehst du mich? Ja. Komm mir aufsteigen. Ja, er steht am Hafen. Er steht am Ding. Am was? Warte, warte. Ob die DMR, by the way. Hm. Ich schwöre mir, den nicht gestorben wird. Ich hab halt Blüte. Klar, du hast ein Kleinhard geschlagen, Alter. Keines Papa. Andreas. Krass. Keines Papa. Ey, was? 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 Andreas. Andreas. Der hieß Kräms Papa, alter. Ja, er guckt bei mir in Facebook, alter. Was? DSHM schießt. Guckt bei mir in Facebook? Ich guckte da. Nein, er war geraten. Tschüss. Schau. Ja, ich guck mal. Oh mein Gott. Ne, mein. Ey, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ist einer von euch hingeben? Wir haben schon einen neuen Platz. Da wurde euch doch ein Ural weggeschleckt, ne? Warte mal, das in der Base? Der war von der Mission, den hab ich da stehen lassen. Ja, ich weiß.